Warte, warte, Fynn hat was gefragt. Hast du dein Brille gefunden? Ja, das geht nicht. Ich helfe dir. Ja, ihr könnt auch da spielen. Wir können hier ein bisschen spielen und dann gehen wir weiter zum Spielplatz. Hier, Fynn. Hier. Hier rund und rund. Cool, Fynn. Und Kylie auch. Toll. Ja, mach es mal. Ja? Kann ich zu dir kommen, Fynn? Ja. All right. So, this is also one of the things that is really common here in Germany, that at every quarter of houses, there is always a playing field for the children. How do you want it? Yeah, so this is one of the things that we enjoy as mothers. Um, for people who do not have garden, I think this is really ideal because you can see how big the playing field is. and the surrounding neighbourhood, of course. So, and we are the only person, so we get to have our own time. You want to? Ja? Oh, come on. I brought you home. I brought you home, Mami. Ja? Yeah. So, this is really what we enjoy. So, yuhu. More up? Yeah? Mama? Ja? Ich will auch mal eine Schaukel zu Hause. Ja, unser Garten ist ein bisschen kleiner. Das geht nicht. Mit dem Schaukel. Vielleicht ein Trampolin. Ja! Ein Trampolin? Ich hab gesagt, vielleicht. Ja. Ja. Und wie? Ein bisschen hoch? Ja. Ein bisschen hoch? Mama, mach mich mal so anders. So, it's sunshine, but it is really cold. You can see how I really, um, myself and this is what we are doing with the children. Ja, Kylie? Ja? Ich bin hoch. And da. Ja? Okay, we can go somewhere else. So, we are going, Kylie wants to go to the next playing field. Ja? Ja, we are going to go to the next playing field. Hier in the fountain. Okay, ja. Not really the other place, but another playing or another activity. Ja? Ja, dann calm down. Come down, mami. Okay. Sag mal cheese. Cheese. Sag mal cheese. Da oben. Vorsicht, da kann man fallen. Nein. Da kann man nicht fallen. Vorsicht. Nein. Ich wusste nicht, dass das... Komm hier. Komm hier bei Finn. Und gucken, vielleicht die kommen zu uns. Nein, nein, nein. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Dann fressen die Pferde uns. Aber fressen sie? Ich weiß nicht. Könnt ihr fragen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Die Pferde in den Schaden. Das ist die Pferde. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. Das ist das. Das ist das, was wir machen. Das ist das. das ist wie wir in der Winterreise das ist wie wir für diejenigen, die sich in Deutschland zu kommen das ist wie wir in der Winterreise die Sunshine ist eigentlich miles wie in der Winterreise wie in der Winterreise wie in der Winterreise aber dann das ist das Leben, die wir kommen zu bekommen wenn ich hierher kam, ich nie wusste so ich werde dir das Heads Up in advance aber es ist nicht schlecht denn die gute Sache ist dass es so viel fresh air ist und ja, wir we enjoy this und something like this you cannot even get in the city the city air is a little bit contaminated with a lot of industrial waste Flugzeug und wir haben a very clear sky today a blue sky Flugzeug es ist schön Heili, du willst Handschuhe? wenn du willst Handschuhe? Ja, Handschuhe oh, es ist cold everybody now wants Handschuhe und wir können hier Ich will auch eins essen. Wir hoffen von einem Spielplatz. Aber Mama, lass rennen und ich ganz schnell da und wieder da. Absolut, ihr könnt ganz gut rennen und dann seid ihr warm. Wir hoffen von einem Spielplatz zu einer. Wir hoffen von einem Spielplatz. Wir hoffen von einem Spielplatz. Die Sunshine ist ein bisschen runter. Wir haben zwei Spielzeuge im Bereich. Und diese Spielzeuge sind für free. Du musst nicht mehr Geld verdienen. So, es hilft, mehr Kinder zu spielen. Auch in diesem Fall. So, jetzt gibt es ein bisschen mehr Leben in Deutschland. Mit den Kindern. Especially in Wintertime. Das ist wie es ist. Und Kylie, du willst du das? Es wird wirklich helfen. Und Finn, du willst du das jetzt? Und wenn du willst, kannst du es auch geben. Und wenn du willst, kannst du es auch geben. Ja? So, ich habe ein Gefühl, dass es sehr... Ich habe ein Gefühl, dass es sehr cold ist. Und die Kinder brauchen ein bisschen mehr Schutz. Ich habe ein Gefühl, dass es sehr cool ist. Und wenn ich in der Haus bin, ich habe ein Gefühl, dass es sehr cool ist. dass ich auch ein T-Shirt habe. Und wenn ich in der Haus bin, dann meine Kinder auch ein T-Shirt. So, all diese Dinge, ich habe wirklich gelernt in Deutschland, als eine Mutter. Und es ist so ein tolles Ding, zu wirklich integrieren, mit der Gemeinschaft. Und lernen, ihre Wesen, ihre Wesen, ihre Wesen. ihre Wesen, ihre Wesen. Ihre Wesen, ihre Wesen, ihre Wesen. Es ist etwas. Es ist massive. Es ist gut. Es ist wirklich großartig. So, ich hoffe, ich bin loud genug. Wenn nicht, dann werde ich eine Microfone, die ich vergessen habe. Oder vielleicht habe ich nicht wirklich gewusst, wie es wirklich benutzt. Denn die letzte Mal, ich habe es benutzt, gab es eine Variation von Sound und Tonnen. Oder Mama, wir können doch die Pferde rufen und sagen, Pferde, wir haben Gras für euch. Ja, wir würden das machen. Also, ja, wir sitzen hier und meine Chao, was just mentioned about horses. On our right side, there are horses and on the other side is where we are going to maybe perhaps now visit the second playing field. And here, on this other side is really flat. Ja, today, she is four years old. Ja, so they are talking to the horses and they are now saying their age. It's quite interesting times with the kids and I am really so much in love with the time and I am in love with the best children and their milestones here. so, yeah, I think then on the next series I am going to speak also so much about this being on totally different places because I am a traveller so I travel from one place to another and I really hate, I love staying at home but I also love going outside as well. So, until next time, don't forget to subscribe to our channel, like, share and comment. Yeah? Adios. Tak, tschüss, kinder. Say goodbye. Say goodbye. Goodbye. So, this is just another episode of Life in Germany and the next time I come I am going to give you more of really what to expect when you come to Germany. Lieber. Lieber. Lieber with a human. Okay, they want to run here and I also, I also agreed to them that it's much more better that they feel warm running around and I am going to join them, of course, to run around. Otherwise, have a wonderful time. Yes. Bye.